UNTERTITELUNG Sie ist gezeichnet Sylvia Frey. Wer zum Teufel ist Sylvia Frey? Eine deiner Figuren, Dad. Sei bitte nicht so streng, David. Er ist müde. Mrs. Castleman, ich habe den Auftrag erhalten, ein Buch über Joe zu schreiben. Ein Autor muss schreiben. Wenn er es nicht tut, verhungert seine Seele. Ich habe Joes frühere Arbeiten gelesen. Sehr seltsam, wie viel besser er schreibt, seitdem er sie kennengelernt hat. Sie haben Talent, wie ich höre. Ich liebe das Schreiben. Es ist mein Leben. Lassen Sie es. Bägen Sie sich nicht ein. Sie könnten jemals Ihre Aufmerksamkeit bekommen. Ich möchte Ihnen die Familie Castleman vorstellen. Hallo, ich bin Joan. Meine Frau schreibt nicht. Ich kann das nicht. Ich ertrage diese Demütigung nicht. Sag mir, du glaubst an mich als Schriftsteller. Es ist nur dein erster Entwurf. Diese Beziehung ist verdammt. Du bist die Frau mit dem Riesentalent. Ich glaube, dass Sie es leid sind, unsichtbar zu sein. Ohne diese Frau bin ich nichts. Sind Sie berufstätig, Mrs. Castleman? Ich bin eine Königsmacherin. Es gibt nichts Verwerfliches an dem, was wir tun. Ich erzähle Ihnen alles. Ich Dollar. Ich hatte nicht nur hier증 basilGod, ich bin nicht only und es war es. Ich mache dieundayen mit dem ihr